So, willkommen zum nächsten Minecraft-LP. Ja, wir haben jetzt das Interface hier und genau, wir waren letztens beim Iron Thruster. Soweit ich weiß. Oder waren wir jetzt beim Vorschild im Mittag? Na, egal. Das spielt keine Rolle. Brauchen wir im Prinzip beides und wir wollten es auf alle Fälle, glaube ich, ins Auto-Crafting-Table rein. Ähm, Dingsen. Auto-Crafting-Table, hier sind die ganzen. Genau, wir haben uns da letztens noch umgebaut. Ah ja, das haben wir reingetwinkst. Und mit dem, was haben wir angefangen? Genau, mit dem Ding. Wahrscheinlich brauchen wir erstmal das Ding, um das andere Ding zu bauen. Mit den Dingern. Okay. Ähm, brauchen wir für erstmal Ender-Perlen. Ender, mit dem ist mir klar, Minimum-Shards. Wie braucht man denn von dem Ding? Braucht man jetzt 9 oder 8? Ich glaube 9. Äh, 8. Ne, 8 oder 7? Ach, scheiß drauf. Ähm, dann nehmen wir kurz noch einen Stone raus. Und ich glaube, es ging doch irgendwie so, oder? War das so? Äh, 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 äh. Könnte mich auch mal reinhauen. Okay, sowas nicht. Ah ja, ne, ja, hm. Ich glaube, ich weiß schon wieder, aber ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Anwartung es war. Ich glaube, das ist ja komisch cool, da. Ja, gut, knapp vorbei. Ähm, Stone. Stone, 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 Stone. Ich kann keinen Stone herstellen. Shit. Ich wusste doch irgendwas fehlen noch, aber ich war mir nicht ganz sicher. Von dem her, äh, dachte ich mir einfach, naja, wird schon nichts wichtig sein. Wenn es wichtig wäre, dachte ich mir eben, ähm, wird es mir einfallen, aber... Ja, ganz sowas noch nicht. So, Stone. Ähm, so. Kommt mal der da rein. Und dann können wir die Stones machen, ähm... Brauchen wir erst mal drei. Kommt gleich mit dem Ganzen an. Und, ähm, ja. Ausgang. Boah, ich muss erst mal echt mal eine andere Möglichkeit finden für den Ausgang. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn man immer erst mal, keine Ahnung, zehn Minuten im Kreis fliegen muss, bis man dann immer den Ausgang gefunden hat und so. So, zwei Stones. Und letzte. Brauchen wir einmal so, glaube ich. Ah. Und dann noch vier Eisen und ein Gold. Äh, ja. Ei. Oh mein Gott, Iron. Brauchen wir viermal. Und dann noch mal ein Gold. Brauchen wir noch mal einmal. So. Genau. Dann kommt das wahrscheinlich wieder wie immer in der Mitte. So, und dann haben wir den Inlet Stone. Dann auf Import. Und dann auf... Jetzt haben wir auch so Stone, genau. Ach, jetzt musst du erst mal Dings machen. Hm. Gut, dauert eben kurz. Also, wir könnten ja schon mal weiter machen mit dem... Iron Truster. Ähm. So, Noid können wir, glaube ich, Autocraften, soweit ich weiß. So, Noid, genau. Können wir Autocraften. Funktioniert. So im Großen und Ganzen. Hoffentlich. Ja. Funst. Funst. Das können wir da oben... Ich bin übrigens auch mal abreißen. Steht eh nur ein Weg rum. Hätte ich aufgeräumt, das ist ausschließlich. Ich bin jetzt echt irgendwie so... Ich bin immer ein bisschen überrascht von dem Ding. Ne, da falsch. Oder? Wollten wir das mit Info machen und nicht mit... Shit. Das war jetzt mal wieder... Ah, nee, brauchen wir trotzdem. Okay. Ähm, wir brauchen auch noch einen... Advanced Circuit. Wir brauchen sogar... Ne, brauchen wir noch eine Ahnung. Da ist der Stone. Rein damit. Und Import. Und es geht nicht, weil man nicht stacken kann, oder wie? Gut, hauen wir sie mal raus. Ich... Ups. Ich weiß, äh, man... Es gibt eine Möglichkeit, dass man es machen kann, oder so, aber... Äh, ja. Keine Ahnung. Ist mir gerade ein bisschen zu umständlich und ich denke mir, das ist nicht so wichtig. Also zumindest bei Minium Stone ist das ja... Naja, zweitrangig. So, genau, das brauchen wir danach. Äh, äh, Vorschild eben wird da. Ähm, nochmal zwei Solen... Brauchen wir nicht, warte. Ähm, wir brauchen zwei V-Brings und ein... Ne. Das wollten wir nicht bauen, wir wollten das U-V-Bound. Genau. Ähm, insgesamt noch sechs Solenoid und acht Endapälen. Das Circuit haben wir schon. Ähm, so, ne. Entschuldigung, wir brauchen ja eigentlich nur zwei. Weitere lassen wir gleich Auto-Craften. So, komm jetzt mal zurück. Dann haben wir mal, ups, vier hin. Und, wir brauchen noch vier Endapälen. Wir brauchen für Iron und zwar, äh, ich glaube 16. Und, wir brauchen noch vier Endapälen. Relativ teuer, aber Endapälen sind, denke ich, auch ein bisschen wertvoll. Bisschen wertvoll, ja. Also eigentlich schon, äh, ja, gut. Und, Hackett, Hackett ist, Hackett. Und, kann man es nicht mit einem, äh, Vanillier-Meigenschaft vergleichen. Ja, das ist ein bisschen ein Unterschied. Na gut, dann können wir einen Vorschild-Imiter, nahezu Auto-Craften. Dann brauchen wir nochmal Rüsten-Iron. Rüste was? Wir bauen uns jetzt nochmal kurz ein Ding. Und dann gehen wir erstmal farmen. Wir brauchen jetzt, äh, wir bräuchten 32. Das heißt, wir gehen erstmal gleich farmen. So. Hm, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal eine Rüsi. Amor, ne, das war jetzt Fällen. Diamond-Halm. Okay, gut, das war zwar auch trotzdem ein bisschen Fälle, aber egal. Äh, so, so. Und so. Beim Text-Shirt-Pack, ich weiß, fehlt auch noch ein bisschen Wasser, so, aber... Äh, stört mich im Moment nicht, halt gar nicht mehr so hart. Ich sag, wir hatten irgendwann ein Bier, ich weiß gar nicht, wie sie würden hatten. Ob es irgendeinen Sinn hatte, einen Grund. Jeden möglichen Momenten. So. Genau, und dann geht's eigentlich um Abneter. So. Wir können... Äh, genau. Linking-Buchs haben wir dabei. Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt nicht unbedingt aufpassen. Solange wir jetzt nicht draufgehen oder so, ist das ja eigentlich... Ähm, ja. Unkompliziert, ungefährlich. Ich bin jetzt da oben halt. Oh, ein Schwein. Ich würde ein bisschen Schiss, dass da unten mal ein Mop still ist. So. Das wäre nämlich schon ein bisschen... Äh, naja. So, erstmal raus hier. Und, oh, wie das... Boah, wie die Netoprix das ausschauen. Eigentlich kann ich mal so scheiße. Schaut echt ganz gut aus. Und ich laufe erstmal in die falsche Richtung. Ich würde sogar mal sagen, die schauen sogar so geil aus, dass man diese eigentlich sogar benutzen könnte. Oder? Was meint ihr? Guck mir, ich irgendwie... Ah. Hooper, Redstone, Gold, Lilaps. Seh... äh, überseh ich jetzt gerade nur, ähm... Also Gold ist nicht drin, scheinbar. Und Iron anscheinend... Auch nicht. Das andere hat mir doch gar nicht geschreddert und auch noch so... Naja. Haben wir anscheinend noch genug oder so. Hm. Naja. Okay. Schaut schon ein bisschen geil aus. Wenn auch verpixelt, aber... Also ist okay. Also, ja. Ich finde, das ganze... Das Texture-Pack schaut einfach geil genug aus, dass man einfach die ganzen Pixel so in den Kauf nehmen kann und so. Also. Zumindest für mich. Also, ich weiß nicht. Ich könnte es mal in die Kommentare schreiben, aber... Ich finde das Ding schon ziemlich nice. Und ich glaube, ich wollte euch auch mal noch die Net-Explosionen immer deaktivieren. Weil mich das Ganze ehrlich gesagt immer stört beim Farmen. Und... Klar, also als Schwierigkeitsbonus und so ist das ja ganz nett, aber... Brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Weil ich würde mal sagen, draufgehen werden wir deswegen eh nicht. Und das Einzige, was uns... Oder was halt ein bisschen... Nervig ist dabei, ähm... Das ist einfach, um die ganze Zeit die Erde zu zerstören, so. Haben wir denn jemanden? Ach, Cooper. Gut, Cooper brauchen wir genauso, aber... Na ja, Eisen wäre es halt natürlich. Öh, von Vorteil. Ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, wie es ausschaut. Öh, hier. Ist das vielleicht Eisen? Das schaut relativ... Leiker. Hm, geht aus. Also gut, wir finden nur Leet und kein Eisen, aber... Wie du... Alter, Leet, Leet, Leet. Wahrscheinlich sind die Eisenblöcke... Äh, die Eisenblöcke, sag ich schon, die Eisenerze. Als, äh... Neter, äh, Dings getarnt. Als, ähm... Na, Neter-Rack. Oh, das ist Closetone. Effizienz. Haben wir eine Silk Touch? Silk... Äh, nein. Diamond Pickaxe, Fortune 1. Unbreaking, unbreaking, unbreaking. Okay. Oh, das könnte... Das könnte sein Eisen. Ruby. Äh, Ruby. Hm. Jetzt brauchen wir immer kurz die Ranchi zum, äh, Closetone farmen. Wir hätten zwar noch ein bisschen Closetone und so, aber... So leicht findet man relativ selten nur Closetone. Ah. Das da oben könnte auch Eisen sein, vielleicht. Ist das Eisen? Bist du Eisen? Ja, es ist Eisenblöcke. Genau, mit dem, äh, Fisch erstmal so ein Closetone zu erschlagen. Ist ja auch lustig. Gut gebratene Fisch. Vielleicht unterschätze ich jetzt auch gerade nur so den Härtegrad von gebratenen Fisch. Aber gut. So, ich habe noch ein Scherzpack, ach, genug Uhr. Jupp, jetzt habe ich gerade erst mal gefällt. Das war mal wieder eine geile, äh, Tastenkombi, die ich eigentlich, äh, nicht unbedingt, äh, machen wollte. Das war jetzt eigentlich gerade ein bisschen verdrückt, Merluiga. Verdrücken, like, fail. So, komm. Gebt mir eigentlich mehr Closetone. Ah, naja, ist gut, ist okay. Wir sind jetzt eigentlich eh nicht zum Closetone-Farmen da, sondern eigentlich jetzt mehr zum, ähm, irgendwelche Erze-Farmen und so. Also nicht irgendwelche Erze, eigentlich nur Gold und Eisen bräuchten wir jetzt mal so. Im Großen und Ganzen. Aber, ähm, das, was wir brauchen, finden wir eigentlich gar nicht und den ganzen anderen Müll, äh, finden wir massig. Was ist das? Silber? Nee, zum. Hm, 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 hm. Keine Ausführer, lass ich vielleicht anderthalend nur irgendwie an, ähm, dem Zeug für beide auf, oder so. Das könnte ich jetzt auch sein, aber... Naja, ich glaube, weniger. Und wahrscheinlich wieder Lied. Genau, 15 Lied. Gibt's auch schön was raus? Wobei, Lied kann man denn, glaube ich, nicht schreden, oder? Oder geht das bei, äh, NEDALID, äh, boah, überhaupt? Ich bin mir sogar gar nicht sicher. Wie viel Eisen haben wir jetzt? Ey, ganz ehrlich, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Wir finden hier jeden möglichen Müll. Wir haben sogar mehr Gold als Eisen. Wir haben zehnmal so viel Gold wie Eisen. What the fuck? Die wollen uns doch verarschen. Das könnte Eisen sein. Und das Eisen. Wow, ein ganzes Eisen. Äh, sind wir irgendwann schon mal bei acht Eisen. Ich bin total begeistert. Und dabei brauchen wir doch eigentlich eigentlich sauviel Eisen durch, ähm, beziehungsweise für die Dinger. Für unsere Rüstung, für die Iron Truster, 4-Shield-Emitter und alles. Also, mit allen Worten, einfach für den Minium Stone, aber... Um Enderpalen zu bauen, aber... Naja... Also, es ist echt selten, dass ich mehr Klosen, äh... in Abbaubarer höher finde, ohne dass man sich jetzt irgendwie... waghalsig so halb, äh... in, keine Ahnung, was für eine Gefahr bringen muss. Äh, als was ich jetzt irgendwie... so ärze wie, äh, zum Beispiel Eisen also finde. Ich komme mir gerade echt ein bisschen verarscht vor. Sonst, immer überall Eisen. Wenn du, wenn du kein Eisen brauchst, dann befindest du da Eisen ohne Ende. Da ist ganz, der ganze Glowstone, überall Glowstone. Da ist ja wieder Glowstone. Das könnte man überall. Ich könnte den ganzen Zeit Glowstone abbauen, aber wir brauchen Eisen. Wow, ein Eisen, vielleicht zwei. Ah, eins. Wäre sonst zu viel. Also, ich glaube, wir haben mit einer Ada mehr Lapislazle gefunden, als wir, äh, einen ganzen, ähm, nähter Iron. Oh, Gold. Hm. Da brauchen wir echt, wirklich Eisen. Also, echt dringend. Rubies. Oh mein Gott. Habt ihr, glaube ich, da oben gerade Eisen gesehen? Oben links. Schaut ziemlich verdächtig aus. Und? Zwar? Iron. Wow. Wie schaut denn hier Dinge aus? Äh. Cooper. Rödlich, okay. 16,5 Minuten, schon wieder. Und im Prinzip fast nichts gefarmt. Nur irgendwie so ein Müll hier. Also 19 Lid. Wer braucht 19 Lidohr? Aber Eisen, dass man vielleicht am meisten so, oder unter meiste Mannschaft braucht? Nee. Puh. Was ist denn das? Diaz? Saphir. Oh, wow. Ich bin total begeistert. Neterburg. Auch nice. Sogar Neterburg haben wir mittlerweile gefunden. Oh, yeah. Naja. 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 Ich glaube, noch mehr beziehen bringt das auch nichts. Macht das Ganze nicht mehr besser, aber... Naja, vielleicht haben wir morgen mehr Glück und so. Mal schauen. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP. Bis zum nächsten Mal.